Die Ferrum AG ist eine Schweizer Firma im Familienbesitz und beschäftigt weltweit 500 Mitarbeiter in den Produktionsbereichen Konserven, Zentrifugen, Gießerei und Waschtechnik. Die Dosenverschließer für Getränke und Food-Anwendungen werden weltweit vertrieben und genießen den Ruf des Weltmarktführers. Entwicklung, Herstellung, Vertrieb und Service sind die Eckpfeiler der Maschinen und bieten Gewähr für optimale Funktion. Der intensive Erfahrungsaustausch mit Kunden und Partnern sind die Basis für innovative Konstruktionen, die den heutigen Anforderungen an Funktionalität, Produktivität und Hygiene entsprechen. Die Verschließer sind für einen 24 Stunden 7-Tage-Betrieb ausgelegt. Das Abstapeln der Dosenverschließung ist eine wichtige Kernfunktion und wird mit unseren Systemen standardmäßig bis 2500 Mal pro Minute getätigt. Lebensmittel und Getränke verlangen nach einer hygienisch einwandfreien Produktion. Die standardmäßig eingebauten Reinigungssysteme mit Steuerung und Überwachung garantieren dies. Mit den heutigen automatischen Schaumreinigungsprozessen können die Verschließer effizient gereinigt werden. Der einfache und schnelle Werkzeugwechsel ermöglicht eine nahezu unterbrechungsfreie Produktion. Innovativ. Traditionell. Schweizerisch. Ferrum. Thorsten 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 Vielen Dank.